Hey, mach mal eben die Tür zu! Warum auch nicht, ne? Saudi-Arabien hat viel zu bieten. Viel Gelände für neue Rasenplätze, schicke Hotels für die Blatters dieser Welt, prima Infrastruktur, Boutiquen, Tankstellen und, was ja ganz wichtig ist in diesen Zeiten, Sicherheit. Sicherheit. Saudi-Arabien ist ja ein treuer Verbündeter der freien Welt. Eine letzte Oase des Friedens, bevor das Reich der bösen Ayatollahs anfängt. Nicht umsonst haben die Saudis eine ganz lange Tradition der guten Zusammenarbeit mit der Champions League der westlichen Demokratien. Zum Beispiel mit, äh, hier, wie heißt der noch, warte mal, äh, ach ja, Deutschland. Gut, manche sagen, die saudischen Scheichs wären jetzt nicht so richtig lupenreine Demokraten, wie zum Beispiel dieser Russe, der letztens noch eine WM abgestaubt hat, der hier Putin. Aber viel kann da nicht fehlen. Sonst hätten wir ja gar nicht diese guten Wirtschaftsbeziehungen mit den Saudis. Über 200 deutsche Firmen arbeiten da prima mit zusammen. Und sonst wird ja auch unsere Industrie nicht schon seit so langer Zeit so viele deutsche Spitzenqualitätsprodukte dahin exportieren. Und wenn du mich jetzt nochmal fragst, wie stehen die Aktien, dann sag ich dir, ganz ehrlich, sehr gut. Vor allen Dingen mein Aktienpaket von Rheinmetall, steht da, Wiener 1. Hat alleine im letzten Jahr 35% plus gemacht. Rheinmetall, kennst du nicht? Doch. Offizieller Ausrüster der saudischen Streitkräfte mit Leopardpanzern. Rheinmetall. Wird sich bestimmt auch freuen, wenn die FIFA da meine WM machen würde. Ja, da kannst du ja jetzt in der nächsten Halbzeitpause mal ne Viertelstunde drüber nachdenken. Viertelstunde schaffst du schon. Glück auf.